Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fake Farm. So. Okay. Äh, ja gut, aber muss erst das hier alles fertig sein. Und das ist es noch nicht. Ich muss nämlich die Sachen hier mit anschleppen. Aber ich versuchte mich daran gleich noch zu erinnern. So. Gleich nach der Farming-Session. Kann man hoffentlich noch dran denken. So. Bumm! Buhnnen, Buhnnen, Buhnnen. Wann habt ihr es jetzt mal Bohnen gegessen? Glaub ich vor einer Woche oder so. Buhnnen, Buhnnen... Okay, hier ist noch irgendwas falsch Oh nein Na Ah, jetzt funktioniert es wieder. Oh, das ist ja tot. Danke, 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 dass du mir damals erklärt hast, wie man diesen Bug fixt. Weiß ich nicht. Ich hoffe, der ist einfach selbst in seinem Spiel vertieft. Nicht, dass wir ihn wirklich verloren haben. Oh mein Gott, dann würde ich holen. Ähm, so. 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 So, Paul, jetzt gibst du mir endlich wieder Milch. Also, wenn ich sage, mein Wasser ist leer, dann füllt das wieder auf. Also, er ist, glaube ich, im Lock. Im Aktiven. So. 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 Nein! Warte mal, muss ich hier was neu pflanzen? Nee, ne? Nee, okay. Ähm. So, gucken wir mal, wie weit sie sind. Immer noch nicht durch, ne? Ei, ei, ei. Das dauert ja. So, was haben wir denn hier, was wir verarbeiten könnten? Luxuriöser Obstkuchen. Okay, wir brauchen mal Butter und dann können wir jetzt Maisbrot ganz oft machen. Okay, Butter. Maisbrot. Jammer. Boah, cool. Jetzt fehlt uns wieder Butter und Ei. Okay. Okay. Ähm, gut. Das Haus können wir jetzt heute noch nicht verbessern. Haben wir noch genügend Items, um eine Runde Farm zu gehen? Ja, ich würde sagen, dann lasst uns noch mal eine Runde Farm gehen, oder? Warte mal. Mir fehlen Mana Tränke und dafür habe ich Kartoffelsamen dabei. Wer kennt's nicht? Die kommen rein. Und wir brauchen Mana Tränke. Mana Tränke. Mana Tränke. Okay, wo sind meine ganzen Mana Tränke eigentlich hin? Weiß das jemand? So. Gehen wir mal wieder hoch. In die Eisebene. Kann ich, hab ich eigentlich noch irgendwas? Was? Nee. Stimmt, ich muss mal gucken, was wir jetzt eigentlich als nächstes brauchen. Ist ja schön, wir haben ein bisschen Energie wieder zurückgekriegt. Typ. Was? Icke Papst! Und ach, das", okay. Das ist Andrew! Ach, ich bin nicht nur richtig. Aber, hier. W TAínst du dran, um sie zu ver scalesagen? ino. Oh. Irgendwann,走. Sie gucken Monday. Oh! Das Centrum Mark des Wind. hey oh ja stimmt die bäume brauchen wir ja ganz viele wir sollten eventuell doch noch mal filmen vorwärts gleich reingehen jenua acht ich brauche mehr gibt es noch mehr von den bäumchen ja hier so ah da ist noch einer perfekt und hier ist noch einer erst mal gleich noch ein stück kuchen haben wir uns verdient nachdem wir die ganzen bäumchen gefällt haben der ist gerade am wiederaufwachsen nehmen wir mal wieder ein paar ebenen tiefer oder so die kfa so so Wo sind wir denn eigentlich schon? Welcher Ebene? Ebene 16. Komm so herr, Kesschen? Wir haben eine dieser Jobaufgaben geschafft. Aua. So, kann die Kiste mal herkommen? Aua, verdammt. Ich wollte dich gar nicht aufwecken. Upsa. So. Küstchen. Danke. So. Wir holen natürlich jetzt noch den Diamant. Ah, nur noch acht Ebenen. Ganz viel Golderzfarmen. Ganz wichtig. Hallo Kicks. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hier. Oh, mein Gott. Holz. Danke. Danke. Du verstehst. Da geht's gut. Ist doch schön. Mir geht's auch gut. Danke für die Nachfrage. Du verstehst, warum ich so rum gemeckert habe, oder? Oh, guck mal. Oh, guck mal ein Diamant. Uh. Perfect. Oh, guck mal. Eigentlich ist noch ein Golderz. Den hab ich vorhin gar nicht gesehen. So. Eigentlich ist jetzt zum Beispiel Zeit für den Tantran. Weil, wenn wir die Quest fertig, dass wir die Viecher töten müssen. Hallo. Danke. So. Gehen wir mal in die nächste Ebene. So geht's halt wirklich ums. Farmen. Und wir brauchen immer noch gehämmertes Goldsegel, falls die Alice das schon wieder vergessen hat. Und sie muss immer noch ihr Haus vergrößern, falls sie das schon wieder vergessen hat. Ja. 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 Oh. Ja. Oh, ja. Es sich gerät. auch mal dann kommen wir nämlich demnächst auch unsere ganzen sachen verbessern ein bisschen kuchen essen nym 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 soo wie viele buffs gehen aktuell eigentlich? ich glaub spürt sich mich da in den tod? nein, überhaupt nicht hat keiner gesehen, ok? na, oder wir gehen raus und gucken mal ob wir auch schon den gehämmerten da wohl den einkommen wir noch töten aua wo ein bisschen kreislaufen und dann die ganzen sachen abfahren ja, sehr schön nur nicht stehen bleiben oder hängen bleiben stimmt jetzt gucken wir gleich mal ob wir das haus expandieren können danke für die erinnerung ach, soo ach, soo ach, soo ach, soo ne, der ist wahrscheinlich nicht mehr wach ne, der ist wahrscheinlich nicht mehr wach soo stimmt stimmt kann ich jetzt oh, yes, man stimmt ja jetzt krieg ich ein Kippe oh, guckt mal oh, wow ich hab die ganze Zeit die Bäume noch nicht gefällt ich bin so, oh lost manchmal oh oh mein Gott oh hat keiner mitgekriegt, dass ich jetzt hier jetzt gecheckt habe, dass ich woher mich jetzt erst hier um gib mir doch schnell die items verdammt so jetzt müssen wir das haus erweitern so haben wir irgendwas hier was ja perfekt so heute schon wieder die nächsten gemüsefrüchte also war rucksack ist voll auch mal wieder so und gucken wir mal was kann man dann alles reinpacken kuchen das mal schön im inventar so wir brauchen noch kartoffeln und rübensamen so kartoffeln und wo sind denn die rüben da sind die rüben so wie sie sich vorm erweitern drückt tue ich nicht ich will nur erst das hier fertig haben so rüben ganz vorsichtig ist nicht dass ich irgendwas pflanze so da rüben und hier kartoffeln so dann ein paar rüben kommen war schon mal wieder gucken wir mal jetzt nehme ich wieder eure eierchen dankeschön dankeschön und die wolle dann gucken wir gleich nach oben nach muss ja auch erst die sachen gleich noch einsammeln fürs erweitern so genau so jetzt haben wir gleich alle pflanzen auf dem gleichen stand bis auf jede zwei verdammt was ich dann noch mal ein paar tage eigentlich wird es lange aber echt zeit zum abfahren ne aber hier sind auch gerade noch welche neu gekommen ja guck mal da kommen kühe raus als ich bei meinen großeltern war hatte ich auch direkt vor dem köchenfenster einfach kühe das war so cool ich hab dann auch mit ein paar kürselfies gemacht und nur mein wasser schade du hast offen da ً du 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 So, jetzt ganz vorsichtig die mittlere Reihe gießen. Hi Mabel! Hi Surf! Keks, möchtest du eine Kuda ein Schaf sein? Aber ich würde sagen, eigentlich passt eine Kuh besser zu dir, weil du gibst ja Milch für die Kekse. Ja Baa! Ja Baa! Weeew! W-was? Kür vom Fenster... Aber irgendwas zensiert, was heißt? So! Na guck mal, jetzt können wir auch ein Frostholz machen. So, das brauchen wir gleich, wenn wir runter gehen. Mäh! Du willst nicht scharf sein? Okay. So Leute, und dann das, das... So... Okay, wir machen mal wieder ein paar... Ach ne, drüben haben wir glaube ich schon das Samen grad hergestellt, oder? Wir haben schon gegossen, ja. Ja, okay. Ähm... So, warte mal. Dann nennen wir noch ein Schaf. So, ähm... So, dann heißt das Schaf jetzt Keks. Keks, ey! So! Sehr schön! Dankeschön! Ey! Das war nicht nett von dem Frosch. Ich brauch doch Froschweiß. Oh, ich war gerade so erschreckt, wo meine Bänke hin sind. Zum Verkaufen. So! Genau! Wir wollen unser Zuhause verbessern. Hä? Habe ich jetzt die Sachen... Äh... Will der mich verarschen? Habe ich grad irgendwas Falsches gemacht? Eichenstamm und Eisenerz. Eichenstamm und Eisenerz. Eichenstamm und Eisenerz. Eichenstamm und Eisenerz. Oh. Kein Kommentar. Ja, du weißt, was passiert ist! Ich hätte die Sachen gar nicht machen müssen. Verdammte Kacke. Ich hole gleich. Eisenerz, nicht Eisenbarren. Und Eichenholz. Also Eichenstamm, nicht Eichenholz. Ach, verdammt, Mann. Das ist doch so... Schreibe mir nur noch in Tiersprache. Oh Gott, aber da weiß ich gar nicht mal, was ihr von mir wollt. Oh Gott, ich bin so nah verhaust. So, Schreinereidienste. Aber schön, dass ihr mir auch das nicht gesagt habt, oder so. Oh Gott. Ja, ich auch nicht. Oder ich bin direkt davon einfach ausgegangen. Das ist... Oh. Das hat mich das Spiel richtig getrollt. Oh, ich kann auch keinen Käse machen. Fällt mir gerade auf. Hm, geschnittenes Obst und Butter. Ich hätte schon mal gesagt, danke schön. Wie mache ich denn eigentlich Käse? Okay. 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 So. Oh. 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 Okay. Miau. Danke. Sag mal, warum bin ich eigentlich manchmal so lost? Kann mir das eigentlich jemand sagen? Ich war glaube ich noch gar nicht drüben in meiner Röben. in meiner Fähnenwelt. Oh. 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 Was ist da... Weißt du, wie lange ich schon warte, dass ich irgendein Käse freigeschaltet werde? Und ich konnte es einfach schon die ganze Zeit, wenn ich es einfach nicht gecheckt habe, oder genauso gerade, dass ich einfach Eisenerz her...eisenbarren hergestellt habe, wo ich Eisenerz gebraucht habe. Obwohl ich bestimmt das Holz hergestellt habe, obwohl ich direkt die Baumstämme gebraucht habe und nicht das zurechtgeschnittene Zeug. Ohhhhhhhh! So. Welche Viecher geben eigentlich nochmal Feenstock? Die Feen, oder? Feenstock könnte da sein, oder? Warum sind hier ja gerade so wenige Globelfiecher? Ey, jetzt komm her! So. So. Genau, Feenstock brauchen wir nämlich. Neue Mana Tränke. Wir müssen zu Drake die Ding abgeben. Die Quest, wir haben ja die Magie-Quest weiter geschafft. Warum habe ich das eigentlich schon wieder vergessen? Was wollten wir eigentlich noch machen, was ich sonst immer vergesse? Ja, ja, ich besorg mir Feenstaub nachts an der Parkbank mit einem Ork, ne? Klar. So. Oh Gott, du bist mir einer. So, wo haben wir denn den Drake? Drake. Hey, guck mal! Hier ist es einfacher als schön zu finden, als in Animal Crossing Seattle. Ich habe meine Jobaufgabe. Fertig. Juhu! Und verwende den Charmzauber. Okay Gott, mach mal! Ein Charmzauber. Juhu! Juhu! Ja, das Haus ist morgen fertig. Das Haus habe ich schon gebaut. So. Ähm. Das Haus habe ich schon gebaut. So. Ähm. Ähm. So. Äh. Stopp! Ey, du Fisch, komm wieder zurück! Fischi, Fischi, komm! Ich hab schon echt lang keinen Fisch mehr gefahren, fällt mir grad so ein. Fischi, wir haben nur noch ein paar Minuten Zeit. Kannst du bitte an Land kommen? Dankeschön. So. So, here we go. So. Feste der Feierlichkeiten. Cool, guck mal, ich kann jetzt hier scheinbar hoch. Super. Das heißt, machen wir jetzt unsere Wohnung? Renovieren wir die jetzt irgendwie? Oder können wir jetzt... Ähm... Warte mal, als nächstes brauchen wir ein Waschbecken. Haben wir den hohen Schrank schon? Ich weiß es gar nicht. So, warte mal. So, warte mal. Das ist mein Bett und sowas. Und hier unten, so. 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 Gut. Gut. Gut, dann gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier? Wanddekoration. Oh. Ja, ich kann ja immerhin ein Bild aufhängen. Pfff. 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 So, okay. Hier oben sieht es noch relativ klein aus. Ähm. Oh, wow. Ähm. Pfff. 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 Also, hier oben würde ich ja schon ein Bett hinstellen. Also, hier oben wird mein Schlafzimmer. Pfff. 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 So. So, Waschbecken. Ah, aber jetzt kann ich dann mein Ding nicht mehr machen. Verdammt. Hä? So. Na, der Schrank passt der da hin? Ja. Okay, aber jetzt passt es halt. So, der Schrank. Bauholz fehlt mir jetzt. Kissenstapel. So, der Schrank kommt unten hin, der Sessel auch, oder? Bodenkissen können wir hier hin tun. Gut, ich würde sagen, den Rest tun wir dann unten hin, Otter. So, die Lampe vielleicht noch hier. So. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. So, hier unten kommt dann so eine Sitzecke hin. Okay. So, hier unten auf. So, ich würde es nicht mehr sagen. Okay. 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 Kann man die Bücher eigentlich, wieso kann man die Bücher nicht hier drauf tun? Dann würde es nicht hinter mir strahlen. Okay. Das Teilkugel haben wir schon oben. So, wir brauchen noch einen Sessel. So, wir nehmen den Grammophon zum Entspannen. So, wir nehmen den Grammophon zum Entspannen. Irgendwo, was war es? Irgendwo konnte man doch sehen, was man jetzt alles gebaut hat oder nicht. Damit wir wissen, was wir jetzt noch brauchen. Was ist jemand? Also, uns fehlt jetzt der Schrank. Wir brauchen noch ein bisschen Gesundheit. Der Tisch und die Bank. Wo soll der Buchenholz hin? Ah, nee, da unten. Sorry. Äh, was machen wir mit dem Dings da? Ah. Wieso passt das nicht hier hin? Verdammter. Da müssen die Bücher woanders hin tun. Dann tun wir die Bücher woanders hin. Dann tun wir die Bücher woanders hin. Dann tun wir die Bücher woanders hin. Dann tun wir die Bücher woanders hin, oder? So, einmal zl. Genau, wir brauchen jetzt noch die Trace Lounge. So. Jetzt löschen wir ja erstmal die ganzen Bilder, die wir vorher gemacht haben, was wir noch alles brauchen, sonst komm man schon gleich zwischen den anderen. So. Wie viele Bilder ich einfach noch habe. löschen so gucken wir mal was wir als nächstes brauchen okay wir brauchen jetzt die chase dafür brauchen wir hier brauchen wir das waschbecken wir brauchen echt viel mehr bauholz das brauchen wir noch das ist das alles große bücherregal okay war ganz viel so ich will nicht dass jeder ein bild von mir in seiner wohnung hat bei manchen menschen will ich das gar nicht wieso ist eigentlich ständig die kieskanal wieso musst du böse werden hey ich bin rausgegangen wo ich reingehen wollte los wieder gehen schon die ersten schlafen dann gibt mir aber noch eure eier irgendjemand ist noch wach von den hühnchen da habe ich mich gefunden dann kann ich die kann ich die nicht scheren und melken schau mal hä wieso oh guck mal hier wachsen noch welche nach wie jetzt ja tut te te che te 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 Ah! Mein Wasser ist alle! So, ihr schlaft wahrscheinlich jetzt schon, ne? Hey, hey, hey! Will noch jemanden gemolken? Okay, dann nicht. Nur weil ich mit der Wohnung umbauen beschäftigt war. Ich weiß nicht, was du meinst, Seater. Guck mal, jetzt habe ich Käse. Guck mal, auf einmal kann ich jetzt bestimmt nicht ganz viele Rezepte machen. Oder auch nicht. Ich brauche geschnittenes Obst. Elfa, was habe ich jetzt für den Käse gemacht? Es gibt keinen Grind. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche das. Oh, blech. So.